Wo fangen wir an eigentlich bei den ganzen Problemen? Sandhausen, schreibst du immer, ist wichtig. Sandhausen ist wichtig, ja. Meinst du, das Gewinne? Nee, ich glaub nicht, dass er gewinnt. Ich glaub schon, dass er gewinnt. Es wird aber kein schönes Spiel. 12.000 Zuschauer, vielleicht 14.000. Der Lahnik darf ja mitspielen. Das ist gut. Das ist mein Geräusch. Hallo. Hallo. Ich bin so geladen auf einmal. Aber jetzt fangen wir an die Diskussion nicht nochmal an mit irgendwelchen hergelaufenen Fans, dass der Trainer weg soll und alles. Aber was willst du denn sprechen? Ich würde über die Lösungsmöglichkeiten sprechen. Wie man dann da rauskommt. Ich hab ja meine Theorie ja schon öfter im kleinen Kreis dargelegt. Du hast eine Theorie? Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Wer wirklich ernsthaft immer nur auf den Trainer gehen kann. Das guckst du nicht. Nur immer Trainer weg, Trainer weg, Trainer weg, Trainer weg. Meine Güte. Das ist ja wie... Die sind alle nicht mehr ganz dicht. Wirklich jetzt. Jetzt rede ich mich mal in Rase. So wie der andere mich da vorhin beschimpft hat. Super irgendwo. Ja. Guck, wir geben uns das leider. Mach weiter. Wir können abbrechen. So, bitte. Nee. In der Bundesliga muss man denn dann, wenn mal ein Misserfolg da ist, sofort den Trainer rausschmeißen oder alles in Frage stellen. Selbst wenn der Trainer einen guten Job macht und ein ausgewiesener Fachmann ist. Muss man das machen? Nö. Doch. Alle, 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 alle wollen das so. Und dieser Irre da unten auch. Und der andere auch noch kommt da von seinem Plätzchen hervor und, ja, das ist der einzige Standort hier, wo nach neun Spielen dann der Trainer nicht hinterfragt wird. Dein Freund Ahäuser, Oberbürgermeister von Kronau, Bad Vilbel. Komm, ich setze dich mal wieder. Das ist scheiße. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss ich echt ernsthaft dann um die Uhrzeit dann mit so einem Mist befassen. Und auch alle Schauer immer, Trainer raus, konzeptlos. Ach, meine Güte, gib mir das auf den Sack. Ach. Echt wahr? Hast du aber gut verborgen. Gut, dass du es immer gesagt hast jetzt. Das ist immer das selbe. Das ist doch nur Fußball. Warum muss man denn immer einen Trainer rausschmeißen? Wird denn, wenn jetzt der neue Trainer kommt, Friedhelm Funkel, den wir ja gerade gesehen haben, der hat ja zwar gerade ein Dings, der wird dann die Hand auflegen und würde sagen, om und hier und super und Lanik und jetzt bist du Schröck mit Ausrufezeichen, du bist jetzt hier der Superspieler, der Superschröck. Und dann wird alles laufen, dann würden sie 4-0 gegen Hoffenheim gewinnen und 6-0 in, wo spielen sie dann? Leverkusen oder was weiß ich wo? Leverkusen. Das ist irgendwie verkehrt jetzt darüber nachzudenken, den Trainer zu wechseln. Aber in der Tat gibt es ja in der Geschichte der Bundesliga schon den einen oder anderen Fall, in dem Trainerwechsel ja sinnvoll war. Ja, Nürnberg zum Beispiel. Nürnberg zum Beispiel nicht. Aber zum Beispiel Hamburg. Wenn das immer so einfach wäre, wenn man es immer so einfach... Ja, aber der Fink hat doch, das hat doch jeder gesehen, dass der nichts kann. Ja? Ich gebe dir... Also, okay, okay. Ich gebe dir... Nein, du hast ja recht. Alle Schauer haben recht. Nein, nein, nein. Alle Leute haben recht. Warte mal ganz kurz. Wenn man aber doch dann zu dem Punkt kommt und sagt, okay, der Trainer macht das und das und das und das falsch, der hat keinen Bock mehr, hat keine Einstellung, kommt zu spät, erlebt Schlamppigkeit vor, er stellt falsch auf, was weiß ich was. Dann ist das ja auch in Ordnung. Das war ja auch vor zwei Jahren so, da ist das viel zu spät passiert dann. Guck dir Bremen an. Neun Trainer, genau das Gleiche. Das wäre hier auch alles genau das Gleiche. Das Einzige, und da bleibe ich dabei 100%, was du denen vorwerfen kannst, der sportlichen Leitung, Trainer und Manager, ist das, was sie eingekauft haben. Das, was sie letztes Jahr richtig gemacht haben, haben sie dieses Jahr im Prinzip falsch rufen. Ja. Ja. Vielleicht war es auch nicht mehr so leicht, es ist jetzt auch egal, ich würde es auch jetzt... Ja. Ja. Hinlänglich, hinlänglich. Ja, genau. So. Guck. Dann ist eure Schlussfolgerung daraus, du hältst am Trainerfest und musst in der Winterpause nachlegen. Ach, in der Winterpause nachlegen ist auch Quatsch. Ja, okay. Jetzt mach mal, ich will nur noch sagen, warum... Winter... Du kannst gleich, ganz kurz, dann bin ich ja auch fertig, ich hab mich ja auch jetzt schön daneben genommen, ist egal, aber mir auch wurscht. In der Winterpause kannst du nicht nachlegen. Sag mir mal die Letzten, die was gebracht haben in der Winterpause. Naja, hat der Prunkel gesagt, Basowski und Amanatidis. Jones hat er gesagt. Oder der Jones, ja. Gut, dann geht noch weiter zurück und sagt Amanatidis, ausgeliehen von Stuttgart damals. Dirke Heim, Dirke Heim. Okay. Ja. Es ist aber schon, es sind die letzten zehn Jahre, muss das okay. So, dann nehmen wir die letzten vier Jahre, nehmen wir die letzten fünf, sechs. Wird's eng. Wird's eng. So, dann sind wir schon bei Mancius. Wir haben auch zu knixen da. Blackion. Ja, trotzdem, wir sind's dann, wir werden die Uhr auf... Ich hab die Mikros jetzt hier, das ist nicht so schlimm. Mancius und Quäuke und was weiß ich was. Ja? Das heißt, Winter werden sie was machen, bin ich mir auch sicher. Bestimmt nicht hinten, sondern vorne. Hinterteilung, hat nur der Bruno gesagt. Ja. Aber, du wirst da nichts kriegen. Und du wirst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wirst du kaum jemanden kriegen, der dir weiterhilft. Okay, sie haben Larketsch bekommen sogar, muss man sagen. Wenn sie den nicht bekommen hätten, hätten sie jetzt die Probleme nicht. Also im Grunde ist es Larketsch schuld. Ja. Der die zwei Tore in Hamburg nicht geschossen hätten, wären sie ein Achter geworden. Ja. Da hätten sie sogar eine Dreifachbelastung. So, Dreifachbelastung. Wären sie am Pokallinks ausgeschieden. Da hat er ja auch schon gerne ein Tor gemacht. Stimmt. Larketsch dann schon. Und dann sagt er noch, er hat ein gutes Spiel gemacht. Jetzt haben wir es. Alter. Bitte. Gut, jetzt machen wir deinen Lösungsansatz jetzt. Mein Lösungsansatz ist, wie sie da wieder rauskommen. Ich glaube, so denkt auch der Trainer. Ja. Diese Mannschaft braucht... Aber der Trainer ist das ja eine Flachfeife. Nein, das ist keine Flachfeife. Das sagt er nur... Kein Konzept. Das sagen ja nur diese Hergelaufenen aus der Lokalredaktion. Kein Konzept, keine Ahnung, kein Plan. Falsche Auswechslung. Genau. Kein Mittel gegen die späten Tore. Also... Eine totale Niete. Das... Das keiner sieht, ja. Dass keiner sieht, dass Schröck, Kempf, Larnik, dass die einfach nicht gut genug sind, um eben in der Bundesliga auf einem Platz zu stehen über 15, sagen wir mal. Die sind nicht gut genug. Wer das nicht sieht, tut mir leid, dann ist es mir auch weg. Komm. Ja, ja. Ich meine, mit Auswechslung brauchen wir nicht zu kommen. Wie gesagt, er hat es ja alle durch. Aus dem Kader hat ja jetzt wirklich fast jeder gespielt. Nee, jeder. Einer nochmal sagen. Na gut. Kämpf spielen lassen. Ja. Also um zum dritten Mal auf die Lösung, wie man da rauskommt. Der hat ja gesagt, und das stimmt wohl ganz offensichtlich, diese Mannschaft braucht Training. Regelmäßiges Training. Und eine Woche Vorbereitung auf ein Gegner. Ja. Deswegen hat das gegen Schalke auch relativ gut geklappt. Ich glaube, er hat der Plan so, das irgendwie durchlavieren bis zur Winterpause. Halbwegs vielleicht zwei, drei, vier Pünktchen noch zu holen. Und dann die Winterpause nutzen, die Mannschaft neu aufzustellen. Und dann hat er ja, wann geht die Saison los? 20. Januar. Und am 20. Februar erst das erste Robocamp-Spiel. Dass er in der Zeit, die Mannschaft relativ gezielt auf diese entscheidenden Spiele vorbereitet. Und da werden sie, da haben sie die Spiele daheim gegen Berlin, daheim gegen Braunschweig, gegen Nürnberg, alles was du schlagen kannst. Daheim gegen Nürnberg nicht. Oder in Nürnberg, aber ist egal. Aber du spielst in Nürnberg, aber du hast hier Braunschweig. Nein, 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 Nürnberg später. Du hast Bayern und du hast Dortmund. Auswärts. 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 Die muss sie ja eh weglassen. Die verlierst du ja so. Du spielst daheim gegen Berlin, spielst daheim gegen Braunschweig, spielst daheim gegen Bremen, spielst daheim gegen Stuttgart. Ja. So, und dann in Nürnberg noch zwischendurch. Freiburg auch noch zu Hause. Und Freiburg zu Hause. Also da musst du deine Punkte machen. Und in der Zeit kann er sich vorbereiten, weil da eben kein Europacamp-Spiel ist. Und es sind ja im Übrigen dann ohnehin nur noch zwei, maximal vier Europacamp-Spieler. Also insofern diese Zeit jetzt halbwegs irgendwie überbrücken, durchschlavieren und dann gezielt vorbereiten und dann werden sie da wohl auch rauskommen. Die müssen halt dieses Spiel aber gegen Bremen und Braunschweig, äh gegen Berlin und Braunschweig gewinnen. Das ist doch außerdem klar. Das muss doch jetzt auch jeder sehen. Es ist nur noch, ich meine das sieht er jetzt auch hier, aber es ist auch jetzt völlig unerheblich. Wenn die fünf Zehnter sind, können sie drei Kerzen ins Fenster stellen am Ende. Und die können froh sein, dass die drei, oder dass Nürnberg wahrscheinlich und Braunschweig sicherlich schlechter sind. Das glaube ich immer noch. Freiburg bin ich mir nicht mal so sicher. Ja. Und dann musste der, der hat Peppi recht, im Grunde musste versuchen Hoffenheim noch mit reinzuziehen. Und dass Bremen, die haben, Bremen hat ein sauschweres Programm jetzt, dass die noch runterkommen. Ja. Das bringt ja aber nur was, wenn du selbst auch Punkte machst. Das ist doch sowieso klar. Ja. Und es wird jetzt, es wird auch so schon schwer. Es wird auch schwer, wenn sie, ich meine auch, das habe ich neulich schon mal gesagt, ich weiß noch nicht, wie alle darauf kommen, dass sie jetzt noch sechs Punkte holen. Oder nicht alle, aber, oder. Also du gewinnst jetzt von 14 Spielen oder 15? 15, ja. Gewinnst du zwei. Aber von den letzten drei sollst du auch zwei gewinnen. Na gut. Ich war jetzt in Mathe nicht die Riesenleuchte, aber das erschließt sich mir nicht so ganz. Doch, das ist völlig falsch. Okay. Je länger die Phase der Niederlage dauert, desto höher ist es wahrscheinlich, wenn du gewinnst. Gewinnst du eins mal. Ja. Und du kannst auch das zweite gewinnen, wenn du schon eins gewinnst. Das, 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 das ist, das ist, nein, es regent heute, wird es morgen auch regnen. Ja gut, aber dann können sie auch das dritte auch noch gewinnen. Ja. Na gut, das Leverkusen, das ist halt von der Qualität her ein bisschen schwierig. Aber natürlich können sie jetzt zwei gewinnen. Echt? Das kannst du nicht festmachen recht. Recht. Festmachen kannst du sowieso nicht. Aber die, aber es spricht jetzt nicht so rasend wie dafür, dass sie die Hoffenheimer aus dem Stadion schießen. Ich weiß, es ist, ich finde es auch ganz, ich finde diese Situation so logisch, dass es, dass ich mich wirklich wundere, dass viele Leute dann so fassungslos mit dieser Misere jetzt umgehen. Wir haben gestern, als wir die Ausstellung gesehen haben, haben wir gesagt, damit kannst du nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Und dann hast du dann natürlich auch noch wirklich das Problem gehabt, es ist auch so, die haben halt, und das hat Fee auch gewusst, die, dass sie ein massives Problem dann mit den Standards kriegen. Ja. Ja. Aber ich glaube, die sind auch taub, ja. Je häufiger du denen sagst, keine Fouls rund um diese Zone. Die Box. Bumm, 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 die liegen alle nur rum. Der Schiedsrichter fährt auch noch in der Richtung. Die haben aber auch, die haben auch leicht, die sind auch leicht. So, ja. Und dann hast du nur noch, verlierst, verlierst jeden Kopfball, die anderen bekommen dadurch immer mehr Sicherheit, ja. Hast du noch einen Schiedsrichter, der gegen dich pfeift, und jetzt ohne diese Brille, aber ja, allein, auch dass man diese ganzen Fakten einfach dann ausblendet, ja. Der Schwiegler kriegt so einen Stoß. Im Laufen. Ja. So. Nee, bringt natürlich nichts, ja. Ja. Und dann kommen die anderen Sachen wieder dazu. Warum geht der Lahnik dahin? Ich hab das mir jetzt noch gestern Nacht noch, an dem ich mein Zug verpasst hat. Naja, vielleicht war der im Dünks nebenher gelaufen. Warte mal. Das war noch nicht mal, es war im Grunde, es war keine gelbe Karte. Ja. Wenn du es dir nochmal in Ruhe anguckst, das zweite Fall von Lahnik war keine gelbe Karte. Nur wenn du so hingehst. Ja. Aber da hat Stefan recht. Ja. Wahrscheinlich, also der hatte, der weiß natürlich auch, dass der Faller den Verfahren hat laufen lassen. Ach so. Und jetzt will ich jetzt nochmal den Vorwurf an. Ja komm dann und probier es wenigstens. Naja, klar. Das ist logisch. Das war fast eine Eins-zu-eins-Situation. Nur diesmal geht er drauf. Ja. 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 Das ist logisch. Das kann ich nicht. Und du hast halt, du kannst die, du kannst auch nicht ersetzen. Ja. Und du hast dann natürlich auch hausgemachte Probleme mit Inui. Da, den lässt du ja dann trotzdem drauf. Weil du denkst, so wie in der zweiten Halbzeit, eine gute Szene, wo er zweimal aufgezogen hat. Ja, genau. Die gehen, die sind in, ja jetzt müssen nicht immer, aber die sind auch mal reingegangen früher. Die gehen natürlich nicht mehr rein. Dann spielt er die erste halbe Stunde, als hätte er Badelatschen an. Ja. Und trotzdem hast du immer das Gefühl von, in dieser Mannschaft könnte womöglich, dieser, könnte noch mal so irgendwas passieren bei Inui. Das hast du bei anderen ja überhaupt nicht mehr. Ja. Im Übrigen hat der Rosilu das richtig gut gemacht, den Ball zu dem Schwegler. Hast du das nochmal gesehen? Nein. Wo es den Elfmeter nicht gab. Ja, das war gut. Banetta und direkt so zack weiter, auch direkt, das machen sie ja auch nicht mehr, direkt spielen. Schnell und direkt. Nur so kommen die zu Chancen. Das machen sie nicht mehr. Ja. Das hat auch wieder Gründe. Und ich finde auch, dass Baka Lortz dann den besten Pass seit sechs Spielen macht. Das sagt doch auch alles. Ja. Nein, es haben ja heute wieder Anderlsen trainiert, Gelotzi trainiert und Russ trainiert. Leicht. Also da könnte vielleicht der eine oder andere zurückkommen. Aber so, ich sagte ja immer, es müssen welche zurückkommen, sonst macht es keinen Sinn. Mit der Mannschaft, so steigst du ab. Da gibt es keinen Verdun. Also mit der Mannschaft, die am Samstag, am Sonntag in Hannover gespielt hat, da schlägst nicht mal Sandhausen. Ne, das glaube ich sowieso nicht. Das wird sowieso, das wird ein trauriges Ding mit 14.000 Zuschauern, eiskalt halb neun nachts. Und die sind nicht so schlecht. Obwohl der Florian Hübner mitspielt. Aber Niki Adler, da schlägt viele Tore. Gut. Durchhalten bis zur Winterpause. Ja. Und reagieren. Ja. Da wird es vielleicht, wird es dann auch nicht besser. Nein, da hast du sowieso nicht. Ja. Aber sie haben, sie können, sie können es schaffen. Man muss ja, weißt du, vielleicht ist auch dieser eine, du fährst ja auch nicht mehr auswärts mit, wir haben ja jetzt gestern festgestellt, gell. Auch so ein Erfolgsfan. Ja. Ja, ja, klar. Alle, die, alle, die letztes Jahr hier die große Dings gemacht haben, keiner mehr da. Alle auf der Strecke geblieben. Und genau das letzte Jahr ist nämlich das, was ihnen jetzt zum Verhängnis wird. Ja. Ja, klar. Normalerweise, normalerweise freundest du dich, normalerweise läuft es jetzt so, wie es eigentlich vor einem Jahr hätte laufen müssen. Naja, so ist es ja auch teilweise schon. Da wärst du Fünfzehnter gewesen, dann hättest du gesagt, oh, jetzt müssen wir da kämpfen und wenn wir jetzt noch zwei Punkte da holen. Ja. Nur dadurch, dass das alles wie, 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 wie ein Messer durch Butter ging, ja, hast du jetzt... Ja, das ging ja auch nur, das ging ja nur ein halbes Jahr wie Messer durch Butter. Die Rückrunde haben sie sich auch schon gequält, da hatten sie aber mehr Highlights als jetzt. Sicherweise keine oder kaum für Letzte hatten. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Du kannst jetzt auch wieder, kannst jetzt wieder sagen, was er... Ja. Ich weiß noch nicht, warum. Das ist nicht erst seit dieser Saison. Nein, aber du hast immer auch in der Rückrunde und du hast auch in den Spielen jetzt in dieser Saison gesehen, dass wir was können. Ja. Das siehst du ja jetzt schon länger nicht mehr. Ja, das siehst du nicht mehr. Du siehst auch gegen Schalke war ein anderes Spiel, das war eine Willensleistung, da hast du gesehen, dass die Mannschaft... Und auch da war es führerisch höchstens 20, 25. Genau, dass die Mannschaft lebt, aber das war fußballerisch anders als es sonst immer war. Und das ist... das war da, das war... Ja. Gar nichts. Und dieses ganze Ding, weißt du, auch wenn wir immer auch Selbstvertrauen holen und hier und da, im Grunde musst du wirklich die Spiele separat betrachten und dann musst du gucken, wie dieses Rückenwind und das ist alles... Hm? Ja. Gut. Danke, Tommy. War's gut heute? War's fantastisch? Danke. Na, gegen den Orkan... Aber es geht Ihnen jetzt besser? Ne, es kam wieder falsche Zeit jetzt hier, ja. Dann gerade... Hättest du vielleicht erst hier hochkommen sollen und dann rüber gehen? Ich konnte es ja nicht wissen, was hier auf mich wartet. Ja, ja. Tja. Ich finde es auch nicht schlimm, nur ich frage mich immer, wie... Also, wie kannst du alle Fakten, die es gibt, einfach ausblenden, ja? Und außerdem haben wir festgestellt, Tommy und ich gestern, als wir gelaufen sind, zu der... zum Liedersachsenstadion... So heißt das, ja. Was denn? Naja, wir werden sie absteigen. Dann steigen sie halt wieder auf. Nee, nee, dann steigen sie halt wieder auf. Dann steigen sie halt wieder auf. Du weißt genau, wie es ist. Der Bruchhagen hat heute sein 10-Jähriges gefeiert. Weißt du, wie viele Punkte die Eintracht hatte? Wenn die Zeitung gelesen hat, weiß das. Als er ankam, er hatte genau 11 Punkte. Also es hat sich in den 10 Jahren nichts gravierendes verändert. Stimmt. Sie steigen ab. Da wird wieder gesagt, oh, Betriebsunfall, die müssen wir wieder korrigieren. Dann kommt halt ein anderer Trainer oder Sportdirektor. Die haben Eigenkapital genug. Ja. Die erhalten dieses Niveau, dieses Finanzniveau. Dann steigen sie wieder auf. Das ist ja die logische Schlussfolgerung, dass so ein Abstieg gar kein Betriebsunfall ist, sondern eigentlich normal. Eigentlich wollen sie es ja nicht, aber... Dann werden sie nicht zur Fahrschulmannschaft. Dann wird wieder alles zementiert. Dann musst du wieder als Aufsteiger bis zu das kleine Licht. Ja, aber so ist es halt. So. Dann war es ein unglaublicher Kraftakt, mit dem wir das bewerkstelligt haben. Unser Ziel ist es, uns in der Bundesliga zu etablieren. Erst das erste Jahr immer schwer drinbleiben und dann... Soll ich hier an dieser Stelle langsam dann ausbrennen? Ja. Während das alles kommt. Freitag, 17.30 Uhr, Ingolstadt. Samstag, wann spielen sie, 13 Uhr? Spielen wir jetzt schon komisch. Jetzt sind ja auch um halb sieben. Freitag ist halb sieben. Ja. Sandhausen war ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Sandhausen hat neun. Sandhausen hat neun. Das ist doch bei Heidelberg gar nicht so weit, gell? Nein. Oder? So schnell da ja. Ahlen war ich auch noch nicht, komischerweise, obwohl die schon so lange in der zweiten Liga spielen. Du warst nie einen Ahlen. So das berühmte Ding, wo mein Ehering in den kleinen Mini reingefallen ist. Quatsch, du meinst jetzt links-rechts-Aalen. Ja. Ah, du hattest noch ein anderes Ahlen. Die sind schon lange weg, seit der Kosmetikerstelle. Die heißen dann wieder Rot-Weiß-Aalen. Ja, aber die gibt es auch noch. Das ist eine dritte Liga. Die dritte auch nicht. Die ist keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Fünfte Liga. Ne, das andere Ahlen. Das AA Ahlen. Naja gut, wir wollen die neue. Und um Berlin hat auch eine neue Tribüne. Ist auch schön, dass man da auf der Hasen links, auf der Hühnerleite. Warum nicht? Schauer. Das sieht er nicht. Fürth. Hat sich immer geschneit in Fürth. Düsseldorf gerade. Das war der schöne Spieler. Weil die wahrscheinlich eine dritte Liga ab. Achso. Ne? Die haben eine Schweinedruppe. Dann werden wir jetzt sagen, von wegen wir es wissen. Na ja. Gut. Dann tschüss. Aber Derby gegen FSV. Düsseldorf. 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 Falten mit�ek. Distanz. Düsseldorf. Düsseldorf. Vielen Dank.